2 Millionen Einwohner wohnen in ihrem Einzugsgebiet. Der Stadtkern verteilt sich über sieben Hügel. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Tana kaum mehr als eine Ansiedlung am Fuß des Alamanga, des Hügels, auf dem die Rova, der Königspalast, steht, der 1995 durch Brandstiftung nahezu völlig abgebrannt ist. Der Neuaufbau geht nur sehr zögerlich voran. Im Stadtzentrum, an der Avenue de l'Indépendance, ist der Verkehr so chaotisch wie in anderen Großstädten. Das Stadtviertel Analakeli reicht bis zu den Marktpavillons der Unterstadt. Bis 1993 fand hier jeden Freitag ein Riesenmarkt, der Suma, statt. Er brachte regelmäßig den Verkehr in der gesamten Innenstadt zum Erliegen. Aber auch der verkleinerte Markt hat nichts von seinem Trubel und seiner Farbenpracht eingebüßt. Westlich der Hauptstadt prägen alte Vulkankegel das Bild. In der Nähe des Dorfes Analabori sprudeln in einem Tal die einzigen aktiven Geysire von Madagaskar. Nur wenige Touristengruppen finden den Weg hierher. In der Regel sind es Einheimische, die ihre Freude an dem lauwarmen Wasser haben. Wasser gibt es in dieser Region vergleichsweise im Überfluss. Hier war früher das Naherholungsgebiet für die Bevölkerung von Antananarivo. Eine ganze Reihe von Hotels bietet ihren Gästen einen beachtlichen Komfort. Das Kavitaha wird gern von Reisegruppen als Stützpunkt für Trekkingtouren in die Umgebung genutzt. Im Hochland herrscht ein angenehmes Klima. Es ist nicht ganz so heiß. In der nahen Umgebung warten eine Menge lohnende Ziele. Die Wasserfälle des Lili bieten sich beispielsweise für einen Tagesausflug an. An der Route National 1, etwa 22 Kilometer vor der Hauptstadt, treffen wir endlich auf die posierlichen Tierchen, die sich bislang so erfolgreich vor der Kamera versteckt hatten. Lemuren sind Halbaffen. Sie sind endemisch. Das heißt, es gibt sie nur in Madagaskar. Die Tiere im Lemurenpark sind keineswegs schüchtern. Sie scheinen an den Besuchern sehr interessiert. Und man weiß nicht so genau, wer beobachtet hier eigentlich wen. Das staatliche Schutzprogramm sieht vor, dass mit internationaler Unterstützung bis 2009 fast 50 Millionen Dollar in den Umweltschutz investiert werden. Bis dahin sollen die geschützten Gebiete auf 60.000 Quadratkilometer anwachsen. Das wären dann fast 10 Prozent der Landesfläche von Madagaskar. Hinter dem sperrigen Bergmassiv, das die weite Steppenfläche begrenzt, liegt der Isalo-Nationalpark. Regen und Wind haben skurrile Felsskulpturen geschaffen. In dieser aufregenden Landschaft, die zu Trekkingtouren einlädt, liegt die Isalo-Ranch. Mittlerweile ist es eine Mischung aus Individualtouristen und kleinen Reisegruppen, die ihren Weg hierher finden. Die Insel Nuzi B. vor der Nordwestküste ist für Eddie und Freddy der Traum von Freiheit. Markus kommt aus Deutschland und will in das Tourismusgeschäft mit dem Angebot Kitesurfing einsteigen. Learning by doing ist sein Motto. Also hat er sich die Technik des nicht-ungefährlichen Drachensurfens selbst beigebracht. Und so tolle Möglichkeiten wie hier findet man nur selten, meint er. Weltmeisterlich ist sein Stil wohl nicht gerade. Hauptsache für ihn ist, dass es einen Riesenspaß macht. Das mit dem Geschäft wird schon werden. Denn Madagaskar ist im Aufwind und die Touristen werden sicher bald kommen. Auf den Aufschwung sitzen auch Luxushotels, wie das Amarina im Norden von Nuzi B. Die Anlage, die mitten in die Wildnis gebaut ist, kann man bislang nur über holprige Buschstraßen oder mit dem Boot erreichen. Aber vielleicht sind es gerade diese Unzulänglichkeiten, die den Charme von Madagaskar ausmachen. Die Anlage, die den Charme von Madagaskar ausmachen, die den Charme von Madagaskar ausmachen, die den Charme von Madagaskar ausmachen. Die Anlage, die den Charme von Madagaskar ausmachen, die den Charme von Madagaskar ausmachen, die den Charme von Madagaskar ausmachen.